Nina Burger wuchs im niederösterreichischen Tullnerfeld auf und entwickelte sich zur Rekord-Nationalspielerin Österreichs. Der Fußball hat ihr Leben geprägt und sie auch abseits des Platzes zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich ein Vorbild. In 30, 40 Jahren würde ich meinen Enkelkindern hoffentlich mit einem Cocktail in der Hand liegend im Liegestuhl im Garten erzählen, dass ich einfach wirklich geile Karriere, Fußballkarriere gehabt habe, ich mega viel Spaß gehabt habe beim Fußballspielen, ich alles gegeben habe, dass ich wirklich erfolgreich bin, dass wir erfolgreich sind. Wir waren erfolgreich mit dem Halbfinale, dass wir es geschafft haben, dass ich auch in die Historie eingegangen bin mit dem ersten Tor bei einer Europameisterschaft gegen die Schweiz, dass das einfach die Spitze des Erfolgs war, kann man so sagen und ich einfach super viele Menschen, tolle Menschen kennengelernt habe in der Zeit, viele Erfahrungen gemacht habe, viele schöne Erlebnisse gehabt habe und ich würde das natürlich, wenn sie nicht schon eingeschlafen sind, die Kinder noch ausführlicher erzählen. Nina hat früh mit dem Fußball begonnen und dabei schon früh gelernt, sich durchzusetzen. Mitgeholfen hat da auch die familiäre Situation, in der sie aufgewachsen ist. Als einziges Mädchen bei vier Brüdern lernt man, glaube ich, extrem schnell, dass man sich durchsetzen muss. Das ist das, was mir, glaube ich, immer bleiben wird, dass ich mich wirklich, dass ich schaue, dass ich mich wirklich überall durchsetzen kann. Hat vielleicht nicht immer funktioniert, gerade in der Familie, aber im Prinzip mir ist es gut gegangen. Jetzt eher im Nachhinein ist es dann so, dass die so ein bisschen eine Aufpasserrolle teilweise haben. Ich schaue schon, wen wir mit heimnehmen und so. Was auch mitgeprägt hat, ich habe immer schon mitgeholfen zu Hause, mitgearbeitet am Land. Wir haben eine Landwirtschaft, also Rhein-Ackerbau. Da haben wir einfach schon sehr viel als Kinder helfen, helfen dürfen, aber es hat für mich gepasst. Also ich war immer sehr, auch da, immer vollster Einsatz natürlich. Meine Eltern haben mich natürlich gefördert, weil sie uns damals, wie wir jung waren, wirklich überall hingeführt haben, dabei waren bei den Spielen. Vor allem meine Mama war früher immer sehr, war eigentlich bei jedem Spiel dabei. Der Papa hat halt viel arbeiten müssen, immer in der Landwirtschaft. Er war vielleicht eher selten am Platz zu sehen. Jetzt hat er mehr Zeit in der Pension. Jetzt ist er wirklich, wenn wir national im Spiel haben, in Österreich spielen oder auch in Sand war er schon öfters, dass er da jetzt zuschauen kommt. Ansonsten auf jeden Fall. Also ich bin immer von den Brüdern, die haben mich mit unterstützt. Ich glaube, wenn das nicht da ist, dann ist es schwierig. Vor allem, wenn du jung bist, weil du musst da, wenn du wie in Langenrohr gespielt hast, bist du ja doch eine Viertelstunde entfernt vom Elternhaus. Da musst du eigentlich hinkommen und da haben wir doch einige Autostunden auch gemeinsam dann verbracht. Doch das Leben von Nina Burger war nicht nur von Höhepunkten geprägt. In jungen Jahren musste sie den Verlust ihrer Mutter verkraften. Es war zu einer Zeit, es ist immer schwierig, braucht man nicht reden. Gerade in der Pubertät, da war ich 13, 14 Jahre. Ja, gerade so Ende der Hauptschulzeit auch. Ja, es ist immer schwierig, aber wir haben gerade vor allem die Geschwister sehr zusammengeholfen, mitgeholfen, daheim viel geholfen. Papa hat nicht irgendwie großartig auf die Arbeit verzichten müssen. Er hat schon sehr viel weitergearbeitet. Wir haben geschaut, dass wir im Haus sehr viel zusammenhelfen und so hat das funktioniert. Rundherum hat die Familie uns unterstützt. War auch deshalb das Tor bei der Euro besonders? Ja, es war definitiv so, weil ich in dem Moment bei dem 1 zu 0, da gibt es eben diesen Torjubel. Ja, das ist schon immer so. Also meine Mama bei jedem Spiel immer dabei ist. Also ich habe wirklich das gespürt, das Gefühl, dass sie immer dabei ist. Und das hat für mich, das hat sich so ergeben, dass ich das mache. Ich weiß nicht, warum mir das eingeschossen ist in dem Moment. Aber es war für mich einfach, ja, einfach so Dankbarkeit. Ja. Mein Plan ist auf jeden Fall, ich will Kinder haben. Ich hoffe, ich sitze mit 70, 80 auf der Terrasse und erzähle meinen Enkelkindern von meiner Geschichte. Also definitiv, ich hätte gern Kinder. Das kann man halt nie so richtig planen, aber es soll schon in die Richtung gehen. Und ich würde die dann natürlich bei allem und alles, was sie machen wollen, unterstützen.